So, herzlich willkommen meine Krier und Krierin. Zurück zu Far Cry. Wir starten heute vom Menü aus, weil wie ihr wisst, geht's ja bei der Dschungelfahrt gleich los. Ich hoffe, ich hab mich weit genug rechts platziert. Dass wir die Batterie sehen, wobei es eigentlich gar nicht notwendig ist. Ich denke, es passt. Sollte passen. Let's go! Äh, muss ich nachher vielleicht noch rumstellen. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Let's go. We've got company. Boah, Alter. Oh, geht eigentlich ganz gut. We can't go through that route. I'll find another route. Ist ne Woche her, dass ich's gespielt hab. Ne Woche ist her, aber ich stell... dafür... Na, vielleicht sogar... na doch, ne Woche circa. Aber dafür läuft's grad ganz gut noch. Und ihn halt einmal ins Maul. Warte kurz, ich tu mal schnell die Kamera ein bisschen umswitchen. Äh... Aha, nein, das wollte ich nicht. So, noch ein Stück rüber. Dankeschön. Oh Gott, Odinius. Sag doch sowas nicht. Let's go! Ich hab ne... Ich hab mich informiert. Es gibt ne Möglichkeit... Durch dieses Lager durchzukommen, die ich für... Massiv unrealistisch halte. Aber... Bevor wir's nicht selbst ausprobieren, werden wir's nicht herausfinden. Bevor wir's nicht selbst ausprobieren, werden wir's nicht sehen. Also. Es witzig ist ja, dass wir erstmal bis dahin kommen müssen. Schaut euch das mal an. Ich hab gar nicht gesehen, dass der mich getroffen hat. Trotzdem schon... Fast die Hälfte der Rüstung weg. Ich hab ein Video von einem gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht so unglaubwürdig aus, dass das der Schwierigkeitsgrad Realistik sein soll. So. Jetzt muss man hier weggucken. Es ist doch... Es ist doch Bullshit. Also der schaut weg. Der schaut da weg. Aber... Wie, Digga? Wie? Er... In der Videobeschreibung steht, er spielt Realistik. Muss jetzt natürlich nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, aber... Ich vertraue ihm jetzt mal. Wir können nicht durch das Weg gehen. Ich find noch einen Rüst. Schade. Hat mich einmal erwischt, aber das funktioniert bisher ganz gut. Ich glaube, er hat mich wieder minimal touchiert. Wie? Wie sollen wir da so durchkommen? Er macht es halt... Er macht es in dem Video so mega cool. Er schaut nicht hin. Dann dreht er sich um, schießt einen Wachtturm ab. Also so ungefähr macht er es. Er dreht sich weg und schießt dann den rechten Turm ab, damit Val über die linken Leute fahren kann. Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Ich bin überrascht, wie schnell ich mich wieder an dieses Geruckel und das Gefahre gewöhnt. Ich glaube, dass es eine Zeit her ist, aber wenn wir es heute nicht schaffen... Boah. Scheiße. Ne, ist schon durch. Ist eigentlich schon durch. Eigentlich können wir aufgeben. Wenn der Helion so viel Leben abzieht, dann haben wir keine Chance. Aber vielleicht schaffe ich es nochmal ins Gebiet rein. Um so ein bisschen abschätzen zu können. Wisst ihr? Um nochmal ausprobieren zu können, wie weit wir gehen können. Ja, okay. Das musste jetzt natürlich sein, Freunde. Das musste sein. Falls ihr Tipps habt, Freunde. Falls ihr Tipps habt. Let's go. Immer gerne. Immer gerne. Ich bin da wirklich... Es ist mir ein bisschen Rätsel. Ich würde mir auch wünschen, dass der da mal wieder hängen bleibt. Wir können nicht durch das Garten gehen. Ich werde einen anderen Rätsel finden. Die, wie sie teilweise fährt, das ist Wahnsinn, ey. Als wären die Straßen viereckig. Als wäre das hier irgendwie ein Tetris-Parcours. What? What? Wie hat er uns denn jetzt... Der funktioniert ganz gut. Den kriegen wir mittlerweile ganz gut raus. No chance, Leute. No chance. Wenn die hinter uns uns abschießen. Let's go. I'll drive. You handle the gun. I'm on. We've got company. So. Wichtig. Jetzt muss der Heli schnell da um. I'll find another route. Alter, Val. Ohne Scheiß, Mann. Du machst es mir auch nicht leicht. Du machst es mir auch echt nicht leicht. We're blocked off. Keep it up. Ohne, Alter. Ohne, ohne, ohne. Die ersten 10 Minuten sind vorbei und ich bin jetzt schon wieder genervt. I'll drive. You handle the gun. Come on. Da muss es doch irgendwie einen Trick geben. Es muss doch einen Trick geben, oder? We can't go through that thing. I'll find another route. Stabil, Digga. Stabil. Schön gemacht. Immer, immer riskant, wann schießt man da. Es muss wirklich genau stimmen, damit man den schnell rausbekommt und der dir nicht gleich die LMG-Shots in die Fresse ballert. Da muss man wirklich genau schauen. Da macht man dann ganz gern Fehler. So, wir haben viel Schutz. Ganz wichtiger Schuss jetzt für uns. Sehr spät, sehr spät. Wir sind, glaube ich, weitergekommen als je zuvor, aber es ist, äh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Ich will drive. Du handle die Schuss. Komm. Wir haben Komponente. Es ist fucking frustrierend, Freunde. Es ist fucking frustrierend. Ich kann nicht durch das Gap. Ich will einen anderen Rout. Wow, 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 wow. Und sie ist, und sie ist ein Stück vom Helikopter in die, und sie ist gerade ein Stück vom Helikopter in den Weg gefallen. Was? Oh nein, okay. Apropos Grenade, der in dem Video hat den Ersten mit einer Granate ausgelockt. Ich will drive, du handelst die Schuss. Komm, komm. Wir haben Komponente. Wir können über die Routen gehen. Ich will einen anderen Routen finden. Oh, er hat so viel abgezogen. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Digga? Das war knapp. Das war fucking close. Das war fucking close. Es ist wie verhext. Es ist wie verhext. Leute, probiert selber aus. Wenn ihr denkt, dass das so leicht ist, probiert selber aus. Das war nix. Kein Schutz mehr. Oh, das war verdammt knapp. Das war... Der hier ist auch immer brutal. Der ist brutal. Ja, war gut. Der war scheiße. Wie soll man das schaffen? Wie ist das möglich? Ich auch nicht. Keine Sorge. Ah, scheiße. Das war stabil. Es gleicht sich immer aus. Wenn ihr dir am Anfang eine reinballert, läuft der Heli gut. Oh, alter Schwede, ey. Es ist ja wirklich maßlos zum Kotzen. Let's go. Ich werde jetzt nicht... Ich werde jetzt nicht wegen einem Level... Werde ich jetzt nicht irgendwie... Hier den Schwierigkeitsgrad verringern müssen, oder? Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Ich konnte gerade nicht schießen. Entschuldigung, Entschuldigung. Mir läuft bloß gerade die Nase auch noch nebenbei. Und ich kann mich jetzt gerade nicht muten, Freunde. Ich weiß, das überrascht euch jetzt, aber ich bin gerade nicht in der Lage, mich zu muten. Boah, irgendwie... Kommen die dann schneller? Ne. Ne. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Ich versuche, den halt weiter unten zu platzieren. Vorher hat er aus irgendeinem Grund der orange Spacko überlebt. Es ist wirklich... Es ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein Rätsel, wie das funktionieren soll. Okay, das hat geklappt. Ich bin am überlegen, irgendwie nach einer halben Stunde oder so, oder nach zwei Folgen zumindest, dass, falls wir es nicht geschafft haben, noch mal kurz Pause zu machen, um mir irgendwie ein Video anzugucken, wie wir es schaffen können, weil viel bleibt mir nicht übrig. Diese Versteckentaktik, die klappt bis zu einem gewissen Grad, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Grad, Freunde, wisst ihr? Nein, nein, wir waren schon drüber, Digga. Wir waren schon drüber und diese Missgeburt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mir ist fast mein Herz stehen geblieben. Was? Wir hatten ihn schon. Also, wir waren schon auf der Rampe. Hey, was ist denn... Falls ihr euch fragt, wie dieses Zielfernrohr von diesem Scheißding, von diesem MG funktioniert, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, Freunde. Halt's Maul, Val. Ich hab keinen Bock auf dich. Ja, und dann haben wir kein Leben mehr wegen dem Dreckseelie. Und natürlich schaffen wir es dann überall durch. Natürlich schaffen wir es jetzt überall durch. Natürlich schafft man es dann überall durch, wenn der Heli einem schon ein Dreiviertel das Leben abgezogen hat. Ich stehe, du händelst die Schuhe. Ich bin auf. Wir haben die Stimme. Ich kann nicht schießen. Wir können nicht durch das Gehen gehen. Ich will eine andere Route finden. Wie viel diese Missgeburt einfach aushält, ist es geisteskrank. Also man muss mit ungefähr so viel müsst ihr in das Lager reinkommen. Wenn ihr das nicht schafft, ist das Thema schon durch. Nur als kleiner Muntermacher. Also dann könnt ihr auch gleich selbst umbringen. Wir sind blockiert. Schau sie auf, Jack. Das zweite Mal jetzt, dass wir es auf die Rampe schaffen. Das zweite Mal. Das zweite Mal. Das zweite Mal. Ich gehe jetzt. Du schaffst die Schuhe. Ich bin auf. Wir haben die Stimme. Ja, komm, schieß mich ab. Let's go. Ich bin echt, ich bin echt verzweifelt. Das war jetzt die erste Folge. Ach, scheiße. Ich habe die Granate vergessen. Das Geile ist ja, was für eine Range das Teil hat, gell? Also so Schadensrange. Also, es ist doch ein Witz. So, jetzt hatte ich mal kurz Zeit. Es ist halt ein Witz, wie die auch platziert sind. Ich komme da ja gar nicht ran. Also, ich kann da gar nichts machen. Ne. Ich bin echt, ich bin echt, ich bin echt, ich bin echt.